Ich stelle Ihnen schon mal den dritten Mann vor, Kampfbieter, in diesem Kampf ist der Roman Amoradis. Ich möchte Ihnen ganz kurz die Kämpfer vorstellen. Halbverhältner, A64 kg stehen sich gegenüber in der Roten Ecke. Kaiba, Konzada trifft auf. Cheve, Morina von RBS, Lohberg. Bringt Freirunde ein. Dann stelle ich auf die Rиров-Sage. Ver running ein. Zitzen wir gleich auf. Dr. Obern Fr. Noch kann es schon mal die Zutaten, im Rieskirchen. Wir brauchen auch die Zutaten, aber diese Zutaten, unsere Zutaten und IntegrWestern, immer zwei Zutaten. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ...... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.